Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde im PULS gegen die Welt. Es ist Nuke, Virus ist dabei und der Hannoveran aus dem letzten Spiel ist dabei, aber der hat eh kein TS. Das ist nicht wild. Dieser Alunkel. Und haben die irgendjemand vergessen? Ich bin dabei. Der Alex ist dabei. Ja, und ich bin dabei. Ich habe nicht getroffen gerade. Den habe ich aber geholt. Oh, oh. Durch dich durch, Alter. Alter, ich war auch frei. Alter, Doppel-Awe, ne? Doppel-Awe klingt richtig böse. Wie heißt denn der? Cave. Cave, JS. JS steht für Juter Sohn. Ich bin ein Juter Sohn. Oh. Cave heißt noch Höhle. Nein, J.S. Ja, Cave hat es gut. Ja. Höhlen, Junge. Ey, so nenn ich ihn auch. Hey, Höhlen, Junge, was geht ab? Höhlen. Höhle. Nicht Höhle. Oh, ich habe den Lee Harvey. Kam irgendwie ein Update? Ähm, warum? Mir kommt es nämlich auch so vor, als wenn die M4A1 schwächer geworden ist. Ja, ne? Die, ähm, mit Schallye? Ja. Brauchst du mehr Schüsse? Da ist Lee. Da ist Lee. Lass mich durch, Brody. Update, weißt du nix? So, das letzte hat, wo du ihn so ausklarst. Oh, ich wollte doch nur 4A1. Oh, durch den Zaun und nicht gestorben. Hm. Ich gehe auf A. Ich denke mal, die werden hier Schacht einrushen und runter. Wer macht denn sowas? Dann. Move it, move it. Ja, wer geht jetzt wohin? Ja, der eine. Also, ich würde wieder, wieder Rampe gehen. Ich habe jetzt mal die CZ genommen, die ich eigentlich nie spiele. Throwing a grenade. Ich gebe ja eigentlich nur auf außen. Außen. Außen ist einer. Oh. Silo, Silo, Silo. Tür. Oh. Silo. Außen sind mehrere. Oh, scheiße. Auf der Main, auf der Main. Auf der Main. Energie. Okay. Alter, das ist doch nicht wahr. Ich trepp nicht schön. Bei der Alunke habe ich voll das schiefes Bild beim Gucken. Ja, das habe ich dann auch immer gemacht. Also, bei anderen dann. So schiefes Bild. Ja, so schiefes Bild. So. Mal um die Ecke gucken. Als wenn du den Kopf gedreht hast. So. Ne, Alunke ist Rampe. Ja, ein deutscher. Dann können wir ja hier von dem sich reden. Juhu. 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 Rampe. Boah, gehen runter. Ich konnte den Bombenläger nicht killen. Er ist der stärkste Junge der Welt. So. So, was kauf ich mir denn mal? Ne MP. Und dann renne ich den hinterher und spreng den in die Fresse. Das ist mein Plan. Und euer Plan, wie sieht der aus? Hm, hm, hm. Draufwarten. Er weg. Die in die Fresserei. Türraum, Türraum. Zwei noch vor Pommes. Grenade. Beide Lobby. Ah, Lobby, ne? Ha, muss der. Achso, Richtung... Oh, fliegt blind. Da geht's außen rum. Geh gleich mal auf B. Alter, Lunker, ist so ein schiefes Bild, Alter. Geh jetzt wieder zurück, oder was? Ne. Außen noch auf jeden Fall einer. Spielt auf Zeit. Ohne Scheiß, die Bombe liegt doch noch. Oder nicht. Achso. Keine Ahnung. Ah, ne, du hattest den Bombenfriger. Virus, versteck dich. Der andere geht über Kettung. Okay, unten wird gelegt. Hallo, Lunker, mach den Lega-Platten. Hier aus dem Puls. Der andere läuft außen rum rum. Deft das Ei! Schön. Schön. Oh, Klatsche! Alter, du bist mutig, ey. Wenn da so ein Gitter dazwischen ist. Und jetzt alle. Max Payne! Max Payne 3! Beste Spiel des Jahres 2012! Oh, ne, oh, ne, oh, ne. Oh, ne, oh, ne, oh, ne. Kennst du das nicht, Virus? Alter. Unbedingt angucken. Grenade out. Die hüpfen oben rum. Wo hüpfen sie rum? Oben auf dem Silo. Oh, ABP außen. Außen. Flashbein. Alle außen? Nö. Einen hab ich mit der ABP gesehen. Smoke! Ah! ABP weg! Da ist noch einer am Schacht, äh, am roten Container. Mhm. Hab ich gemerkt. In der Pommes. Von hinten A, von hinten A, äh, vom außen A. Bro. Das war ein bisschen spät. Guck mal, Cat. Da lief was gerade. Ich glaube, der weiß nicht, wo Cat ist. Guckt er in den Schach. Außen. Außen. Da ist er, glaube ich. Es lief auf jeden Fall was hinten an der Pommes lang. Da unten, unten! ABP liegt am Ruhm-Container. Wo ist denn da drin, ne? Nee. Oh, nee. Und jetzt? Dann hat er Lunke. Oh, ist denn jetzt? Ich, ob ihr mal ABP. Oh, ich hab kein Geld. Wolltest du was haben? Oh, Waffe. Let's go! Warte dir. Ist sogar meine. Ich werde eine Sneaky Beaky im Vier. Oh, ist wieder Clash. Bin ne... Ach komm, genau. Wo denn? Schach, ähm, rot aus dem Trainer durch. Geht in die Runde. Hört sich aus und hört sich an. Hört sich an wie Kett oben. Bomb in Secret ist zurück auf Main. Auf Main. Ja, klingt echt. Bomb has been planted. Ich wusste einfach nicht, wo er kommt. Die scheiß AK, ich konnte. Ich hab für keinen einzigen 10-Männer-ABP. Die AK hat mich durch die Halle erwischt. Könnte nicht, oder? Ne andere Pistole geht aber. Die geht. Aber hallo. Move! Die geht. Nee. Oh, ich hab schon das Fenster nicht getroffen. Jetzt müssen wir wieder rausgrabben, Haus. Jeden Schuss trifft der. Alter, stirb doch. Hinten, unten, runter. Fahr, komm da. Hinter dir, Alunca. Ich bin im Toxic. Ach. Der wird nicht zu mir. Okay. Toxic heißt der kleine Raum. Der ist ja noch voll viele. Aha. Bomb has been planted. Na los, Hannover. Hier ist's win. Geld ist echt ein bisschen bescheiden gerade, ne? Hm. Noch eine Eko? Ja, ich würde noch eine machen. Nee, Hannover. Ich kaufe, wenn ich will. We are out of here. So, jetzt mal Schalli abschrauben. Viele Bands außen. Es sind vier Stück. Fünf. Okay, ich switch mal rüber. Ja, ich auch. Und auch. Ja, komm außen. Außen, Main, Main drin. Boah. Reifer Secret. Arx ist noch. Sind zwei. Ja, dem hast du eine mitgegeben. Mhm. Haben die uns gelegt? Nee, haben die oben gelegt. Machst du das safe, oder? Hier gehe ich kaputt, ne? Ja, ja. Ich muss schon zur Rampe. Fuck. Geht einer außen, oder? Ja, ich mit Arfe. Wo hast du? Kat, oder? Ich bin Main und einer geht bitte Kat. Und zwei Rampe. Okay. Dann gehe ich Kat. Danke Hannover. Hanno, wo ist das? Ich mach's. Ich bin der. Hanno, wo ist das? Ups. Du bist auf außenfliege, Main. Ach, Rampe. Ups. Ich habe so viel Kohle gelassen. Ah, der geht nur noch. Bomb has been placed. Wir können auch. Was ist das? Ich werde mit dem Relais gehen! Weiße, jetzt verwende ich mal diesen Satz. Kann jemand meine Arbe safen? Die liegt oben drauf auf dem Gang. Wie? Da? Da? Ja, jetzt. Ja, genau. Rechts, rechts, rechts. Oh nooo! Ne! Sehr gut. Der Bruder Mann. Wie oft ich den Lee schon retten möchte. Aber der Lee hat jetzt schon 200 auf dem Tacho. Da geht noch was. Die Restlichen Runden gewinnen wir jetzt einfach. Das ist ein fetter Plan. Decoy! Bernade! Ich bin geflasht außen. Hört sich nach Main an. Komm, zeig dich. Das gibt's nicht. Sorry. Kein Problem. Einer am Roten. Die liegen. Bomb has been planted. Noch einer draußen. Ahhhh. Ahhhh. Oh! Virus! Einer kommt rein. Oh shit. Auf, schnell sind's ja. Ah shit. Komm hin. Schade. Dann geben wir halt die Restlichen Runden. Dann geben wir halt die Restlichen Runden. Braucht wir einen Job? Ja. Ja. Ja, ne. Ah, geht. Danke. Bitte. Machst du wieder außen, oder? Ja, ich mach außen, aber frontal. Nein, nein, nein. Geh du mal Main rein. Gott. Du bist ja im Vorraum. Du bist ja wieder. Komm ist das an. Bomb außen. Komm ist das an. Komm ist das an. Komm ist das an. Ah shit. Wo war das? Komm ist das an. Komm ist, da ist. Komm ist zurück. In, in den Vorraum. Ohhhhh. Ohhhhh. Kommen wir es außen dauernd geht es außen auf dem dach Jo kommt da an den kisten Äh diesmal bräuchte ich nen Drop bitte Dankeschön Was kauf ich denn was kauf ich denn Wir kaufen jetzt Max Payne nur 70 Euro Fuck Was spielt denn wirklich so gut Weiß ich nicht Oh die kommen Rampe Bombe liegt hau Ist da eine Rampe Alter ich brauch mal wieder ne Habe Was ist hier los Oh kann ich mir sogar leisten Was ist hier los Kann ich mir leisten Kann ich mir die Oh jetzt geht das los Als T drücken wir den einfach die Fresse kaputt Grenade Grenade out Wir müssen wieder außen auf dem Dach Dach ist weg Smoke Fuck Einer in der Main Einer in der Main Geht in die Smoke geht runter geht runter Es ist abgast Dicke gerade Ist nochmal außen Über mir Über A Über A Ne Was ist denn über A Nein Jetzt ist der roter Container Ja roter Ist hinter 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 Main Hinter Main Ach jetzt kommt der andere auch noch Gehen über Cat Gehen über Cat 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 Halenke Cat 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 Hat Wir müssen Tochter Abhör 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 Jau, da ist einer. Andere ist rechts, glaub ich. Quatsch, das reißen wir noch um. Noch ist es nicht verloren. Dann geh ich wieder mal nach Hause. Ja. Ah, ist nun wieder nicht offen, glaub ich. Ja. Oh, den hab ich so verbrochen. Außen noch einer, außen noch einer. Eine Kiste. Jetzt mal um, sei es zu. Zwei an den Kisten. Eine Nate und die sind hin. Noch einer. Noch einer. Ich würde. Loll. Danke. Danke. Außen ruhig. Lobby. Lobby. Grenzen. Alter. Türraum. Hab ich. Ja, oben. Also auf der Stufe. Wo ist der? Über der Pommes. Über der Pommes. Über der Pommes. Also da oben die Leiter hoch. Warte auf den Plan. Warte auf den Plan. Ich weiß, was du zu tun hast, ne? Ah. Ich weiß, was du zu tun hast, ne? Hicke. Hicke. Oh, ein Kaltmacher. Hicke. Hicke kann das. Ja, mal gucken. Hicke. 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 Der geht weg. Er ist zu Hause. Counter-Terrorists win! Oh, die gehen schon. Alter. Mach mal gleich ein... Fast. Fliegt ein Rush, ne? Ja. Hier, wir gehen fast runter auf B. Durch die Tür, durch den Schaft, runter auf B. Ich mach außen. Nicht, dass einer in die Menge reinkommt. Okay, los. Los, 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 los. Los und durch planten. Sind uns gelegen. Geh gleich Rampe. Geh ich. Ach shit, der hat mich... ... 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 Schach Jawoll, und ne Gratis-Arfe. So muss das laufen. Rampe? Oh ja. Mach's mal aus, ne Shake-Nate. Soll ich mir der Arfe mal vorgucken? Wannste? Arfe ist außen. Gut. Dann von hinten. Ach, Quatsch. Hm. Unterm Kett. Oh, hab ich die Bombe wieder verloren. Ach, das war blöd. ABPs laufen. Wer warnt das? Terrorist win. Warum wolltest du denn A laufen? Wir waren schon hier. War doch alles jung. Ne, da sind die Preise voll überzogen. Lass echt nach unten. Weißt du, unten sind die günstigen Angebote. Weißt du, wenn du beim Edeka bist, immer die Sachen mit der roten Ecke kaufen. Ne, das ist auch viel leichter. Also, ist günstiger. Super geil. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Alter, war einer. Schatten vor der Tür. Ja. Ja. Hab ich. Der ist oben auf A. Kommt jetzt. Schuss. Na, weiß ich nicht. Schuss. Richtung Schacht. Oh, da halte ich mir aber hier. Mobs hast du den. Ach, ich hab die Kälte geholt. Hab ich den Typ eigentlich angeballert durch die Tür? Ne, ne? Können schon. Der hat wohl die E-Taste nicht gefunden. Der hat sie mir auch gemacht. Der ist aber echt ne heftige CT-Map, wa? Generell schon, wenn man schwebt. Aber ich denke nicht, dass die irgendwie kommunizieren oder so. Oh, die Pommes. Ach komm. Schlaf bang. Schlaf bang. Rampen! Rampen! Zeig dir echt nicht Spiel auf Zeit! Ja, da hat doch ein Fuß rausgelunzt, das haben wir doch alle gesehen! Füße zu groß! Echt, also mindestens größer 48 oder so. Sparen? Nee, ne? Ich hab 10.000! Oh, danke! Ich hab kein Geld! Lass mich mal mit Abe vorkucken zur Rante. Ah, Pommes! Kommt! Kommt, kommt, kommt! Oh, Mann, der hat mir zwei Header verpasst! Oh! Ah, komm! Was? Hm? Ach, das ist so... Nein, die müssen wir doch nur mal auf die warten, oder? Wenn die mal rushen? Waffen, wer braucht Waffen? Tendenziell ja! Ich! Aber... Danke! Hab aber mein Zelt vergessen! Gut, ich warte auf die auf Rampe! Pommes, schon wieder! Boah, der ist so ein guter Gfick, ne? Heil! Boah, der ist so ein guter Gfick, ne? Wollen wir nachrücken? Verdammt! Verdammt, und dann Kett! Entschuldigung, ich schach doch! Hm! Ah, schach! Recht, bleib! Gfick! Der ist so, yes! Halt, der habe ich! Müsst ihr die haben, hm? Joah, schmeiß rüber! Oh, hier empfehlen nämlich gerne! Wollen wir nochmal außen? Okay, der andere wisse... Äh, komm mal! Ein letztes Mal außen! Äh, Herr Lönnchen, stellst du dich da vorne vor die Kiste? Ja! Wo ich rüber lunzen kann! Komm rüber! Komm, einer! Da ist noch einer! Ah! Kett passt auf! Kett passt auf! Um dich herum geschossen! War doch nett! Ja, aber wenigstens keine Bereitigung, ne? Ich bin ausgestiegen! Ja, aber wenigstens keine Bereitigung, ne? Oh! Hast du jetzt die Flügel, ne? Links und rechts! Ah! So, meine lieben Freunde, dit war's mit, äh, einer weiteren Runde Impuls gegen Kett. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns! Haut rein und bis dennne! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Wir klauen unsere Jobs! Wir klauen unsere Jobs!